Mode ist schön, aber war bisher auch ein blutiges Business. Unwürdige Arbeitsbedingungen, Tierleid, belastete Abwässer und Böden, ein Chemiecocktail auf der Haut und am Ende ein riesiger Haufen Müll. Der Klimawandel ist allgegenwärtig. Plastik in aller Munde. Ich bin Sandra Ritter. Mit meinem Label Humanity und dem Blog Plastikfreien 100 Tagen forsche ich nach einem Leben ohne Ausbeutung. Ich kreiere Mode, die alle gängigen, nachhaltigen Ansätze vereint. Sie ist bio, plastikfrei, vegan, schadstofffrei, cradle-to-cradle, zero-waste, fair und made in Germany. Mit der Kompostkultur schließe ich nun auch den Ressourcenkreislauf. Denn es ist mir erstmalig gelungen, mit Kompost, Naturfasern, chemiefrei zu färben. Und damit dies nicht nur eine gute Idee, sondern auch ein tragbares Business wird, brauche ich deine Unterstützung. Alles unterliegt dem Cradle-to-Cradle-Prinzip, nachdem die Ressourcen so eingesetzt werden müssen, dass sie am Ende recycelt oder kompostiert werden können. Ich verwende keine Problemstoffe wie Plastik, Elastan oder chemische Veredelung. Ich verwende auch keine Wolle, Seide oder andere tierische Produkte. Humanity ist vegan und die Basis bilden ungebleichte und ungefärbte Biostoffe. So verwende ich auch keine Reißverschlüsse, Gummi- oder Druckknöpfe. Mit Zero Waste habe ich eine Schnittart gefunden, die den kompletten Stoff nutzt. So verbrauche ich 5 bis 25 Prozent weniger Stoff und habe am Ende dank Cradle-to-Cradle quasi kein Müll. Die Kollektion orientiert sich an den Lebenszyklen von Mann und Frau. Das Kleid Flow für das Büro oder das Rendezvous kann auf verschiedene Arten gebunden werden. Das Hochzeitskleid besteht aus einem Rock mit Schleppe und Schürze und einem Spitzenbody darunter. Der Rock hat integrierte Taschen und kann später als Kleid getragen werden. Den Spitzenbody stricke ich per Hand und färbe ihn später ein. Er soll die Liebe frisch halten. Hinzu kommt ein Schwangerschaftskleid, eine Art veganer Daumenmantel, Top und Hose. Die Yoga-Kollektion mit Kissen und dem Overall der Sonnengruß existiert bereits. Die Frauenmode wird von Kurven und weichen Silhouetten geprägt. Die Männermode dagegen ist klarer, mit Ecken und Kanten reduziert auf das Wesentliche. Gerade entsteht der Krieger, ein Overall, der Elemente der asiatischen Kampfkunst übernimmt. Mir ist es wichtig, dass der Mann Mann ist. Hinzu kommen praktische Aspekte. Diese Weste mit integriertem Rucksack kann auch als Kissen umfunktioniert werden. Der Schal ist auch ein Handtuch und der Mantel ergibt aufgeklappt eine Decke. Das Äußere des Rucksacks kann nachts als Matratze dienen. Die Arme bleiben stets frei. Mann darf sich schmutzig machen und reißt mit wenig Gepäck. Vom Junggesellen zum Präutigam zum Vater, für Alltag, Business, Hochzeit oder das Reisen. Das Ergebnis ist ein wilderer Look und eine lebendige, bequemere Mode. Knitter und Flecken sind erlaubt. Ihr könnt euch den Namen einsticken lassen und die Färbung aussuchen. Die Kompostcouture ist Zeitgeist. Das Schwierigste war das Finden einer Färbung. Ich habe konventionell mit synthetischen Farbstoffen gefärbt und viel mit Naturpflanzen experimentiert. Stets wird der Stoff mit Weizen so vorbehandelt, damit er die Farbe aufnimmt. Beim Färben kommen dann Chemikalien, viel Wasser und hohe Temperaturen hinzu. So entsteht ein Chemiecocktail, deren Bestandteile keiner kennt. Damit meine Mode bedenkenlos in der Natur entsorgt werden kann, musste ich auf chemische Zusätze verzichten. Die Natur kocht nicht. Irgendwann kam mir die Idee, den Vorgang des Kompostierens zu nutzen, um die Faser für den Farbstoff aufzubrechen. So habe ich die Kompostfärbung erfunden. Sie kommt ohne Chemie, ohne Energie und mit wenig oder keinem Wasser aus. Gerade teste ich an der HAW Hamburg und an der Hochschule Niederrhein ihre Verträglichkeit und Schimmelbelastung. Bereits jetzt kann ich, weil ich ein Verfahren kenne, was auch wieder ohne Chemie auskommt, eine keimfreie Kompostcoutur garantieren. Um dies alles zu realisieren, brauche ich deine Unterstützung. Neben tollen Produkten warten die Modenschau und das Kompostkompott auf dich. Ein Dinner direkt im Atelier. Mit 8000 Euro kann ich die Materialien und die Modenschau finanzieren. 25.000 Euro finanzieren die Produktion der ersten Kollektion, die du dann online, im Laden oder auf Messen kaufen kannst. Alles darüber hinaus bildet das Budget, was ein erfolgreiches Start-up benötigt, wie eine Kompostanlage oder eine eigene Werkstatt. Werde Teil dieser Fashion Revolution und der weltweit ersten Kompostcoutur. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich.